Jo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute ein neues Fortnite Duo Video zusammen mit einem Kumpel. Wir beiden alten Herren, gucken mal was so geht. Wir haben uns gerade schon ein bisschen warm gemacht. Die Runde lücken ganz gut, Kills gemacht. Wir haben aber keinen Sieg geholt. Das ist jetzt auf jeden Fall für das Video die Aufgabe. Viel Spaß dabei. Safe auf eben. Finder. Und ab nach unten. Finden die Olga. Ich brauche mal jetzt noch so ein blauer Stein. Hast du auch bekommen? Ja, habe ich eingesammelt. Sehr schön. Ja. Ich brauche mal auf den Bums hier. Jetzt da. Sniper. Ach, du hast Minis noch gehabt. Ja. Ich habe Minis. Ja, ich hole nicht. Habe gerade selber gesehen. Ja, aber. Die Bots machen hier nichts, ja? Nee. Also mich haben sie nicht angeschossen. Na gut. Die sind friedlich. Die sind da Ritze und da, wo ich markiert habe. Was ist denn das hier noch? Kopfgeldzeichen oder was? Habe ich doch angenommen, Kopfgeld. Ja, na dann. Lass es einen Riss nehmen. Ja. Ich habe das jetzt schon abgeschlossen. Hat das für dich auch gezählt? Ja, ich auch. Ja, ja, ja. Drei von drei, ja? Ja. Gab mir Higchen. Können wir eigentlich zum Kopfgeld. Und das jagen. Zwei Mann? Direkt hier vor uns? Ja, eins sehe ich auch. Ja, ich lande auch bei dir auf dem Berg. Ja, der ist recht close vor uns, ne? Okay, ich gehe ein bisschen in Klande, ein bisschen in Deckung. Oh, hält er mir auch. Einer knocked. Einen knock. Das sind andere. Was? Noch ein Team? Ja, ich habe einen. Das eine Team habe ich auf jeden Fall gefinisht. Beide. Okay, einer knockt. Okay, ich komme. Gucke, er krabbelt runter. Oh, Kopfgeld haben wir, aber... Das ist der andere. Das weiß ich nicht. Hier, tanke. Oh, ja. Alter. Hier wird abgeholzt gerade. Oh, ja, hier bei Action. Oh, vor mir? Irgendwo vor mir? Da ist einer. Der kommt auf dich zu, Dicker. Okay, greif die auch an. Wo bist du? Ich komme rüber zu dir. Wo sind die? Oh, direkt bei meiner Leiche. Mein, hör doch mal auf mit dem Gebauer. Ja, war bei mir genauso. Wenn sie kriegt, dann... Oh, die wird angegriffen, aber... Die ist tot. Ja. Das ist so lächerlich. Die Dinger fliegen auch weiter, ne? Kann das sein? Ja, das ist möglich. Und vor allem, wenn man bei denen raufschießt, das hält immer ewig. Und selbst seins geht... Überschnell kaputt. Mann, ist doch jetzt mal gut hier. Oh, ho, 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 ho. Oh, der war gut. Oh, yeah. Die geben direkt eine blaue, das ist so krass. Hast du deinen auch? Ja. Spider-Man ist bitte. Arschloch, Alter. Ich würde mich da verstecken wollen. Hast du gesehen? Ja. Aber Spider-Man hat einen Kumpel, Alter. Aber wo? Yes, das war er. Ein Hammer weg. Okay, ich sehe ihn. Ist schon assi, was wir machen. Aber genau so muss gemacht werden. Wie hast du den Dinger? Genau so, Digga. Mit Signalpistole, oder was? Mit... Ja, Mann. Keine Muni mehr in der Waffe. Pumpe. Ich muss auch Pumpe widerspielen. Ich sollte doch eine Pumpe mitnehmen. Fortnite ist Fortnite. Wird immer Fortnite bleiben. Wird auch immer draufbleiben auf meine Konsole. Na, ich hab's zwischenzeitlich wirklich mal gelöscht gehabt. Einfach nur... Weil die PS5... Ich auch, aber ich meine, auf der Konsole... Ja, aber ist egal. Ist ja in der Bibliothek egal. Ist ja ratzfatz geladen. Wenn sie was brauchen, können sie sich dann gerne bei Telekom... ...wat kaufen. Wenn dann Telekom ne 50er gibt oder so. Hier könnt ihr haben, ne 50er Leitung. Und dann kommt Telekom, gibt dir den gleichen Preis für ne 150er Leitung. Ja, dann fährst du dir am Korb, Alter. Das ist ja eigentlich auch hier wechselt. Ich zahle jetzt nicht mehr, weißt du? Nö, komm. Das ist ja der Witz dabei. Ich bin schon ewig bei Telekom gekommen. Ich zahle 35 Euro und hab die gleiche... Äh, die gleiche Leitung. Hab ne... Dreimal bessere Leitung. Oh, was ist denn das für ne Sniper, Alter? Oh, hab ihr nen Hit gegeben? Boah, der explodiert, glaub ich, gleich. Ja. Der hinten schießt auch auf uns. Ich hab ihn getroffen. Explodiert gleich. Hab ihn gedauert? Dein Maid ist da oben noch? Oben ist noch da. Jawoll. Kein Bock, dass hier... Auf dem Dach, vor uns. Da, vor uns, vor uns, vor uns, vor uns. Oh, ich hab da neben geschossen. Der eine ist gedauert. Geil! Da ist einer. Spider-Man wieder. Wieder Spider-Man. Da hinten ist auch ein Spider-Man. Ist die hier vorne in der Scheune jetzt tot? Ja, gut. Lass uns hier oben bleiben. Vor uns. Einer tot. Die MK ist so unfair, Digger. Das ist das, was wir am besten können, Digger. Die haben gut Hits da drin. Ich schieße mal ein bisschen mit meinem Sniper da rein. Jetzt bin ich runtergefallen. Bin ich aufgepasst. Von rechts wird geschossen. Hab ihn getroffen. Er krabbelt. Er ist tot. Er ist tot. Da kommen noch welche in den Berg runter, hinten. Hinten am Berg. Hier sind auch welche. Hab Spider-Man getroffen. Oh. Er wurde mir weggenascht. Das ist ja nicht schlimm. Aufsache, er ist tot. Hier kommt einer raus. Aus dem Wald. Oh, ich hab ihn getroffen. Er wird sterben. Geil, Digger. Die Sniper ist ja göttlich. Ahaha, der Pisser. Der Mäht ist hinten am Baum. Wir werden hier gepusht, wa? Nee. Oh, du lila, äh, Quatsch. Schild-Hit, 95er. Spider-Man. Oh, noch ein Schild-Hit. Ach, da hinten. Hat ein Schild-Hit. Dürf uns nicht verarschen lassen. Digger. Oh. Wohin, 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 wohin? Auf dem Baum. Nein, 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 nein. Ja? Ja, klar. War super. Vor uns. Er baut mit Metall. Ach, scheiße. Ich weiß nicht, ob die noch zu zweit sind. Kann er eigentlich nicht sein. Ja. Doch, doch. Er hat einen gedauert gerade. Hier ist einer down. Hier vorne ist nur noch einer, Dicker. Er ist schon im Himmel, Alter. Nein, ich habe keine Ressourcen mehr. Ich musste gerade nachladen. Ey, Mann, Alter. Er ist hier überall versteckt. Gegner von mir. Wer denn hier, Alter? Alter! Hier wurde gebaut. Hier steht auch ein Taxi. Hier unten wird auch gebaut. Hier auch. Ja, ich sehe schon. Überall Action. Die fliegen weg. Zwei hauen ab. Bin hier gelandet. Zwei pushen. Hinter mir, hinter mir. Spider-Man. Da oben läuft er. Digga, wir sind halt getrennt voneinander, ne? Ja, ja, ich komme zu dir. Ich komme zu dir. Ich komme zu dir. Scheißegal. Ich muss auch in der Zone. Oh, da läuft noch einer. Hier an der Tanke sind Gegner. Direkt vor mir, Dicker. Träßig. Die ist one-shot, die ist one-shot, die ist one-shot. Hast du sie? Die Matt kommt. Ja. Geil. Sehr gut. Stark, Digga. Da ist deine goldene SMG. Oh, yeah. Komm zu Papa. Ne Pumpe. Lass mich heilen, Alter. Das ist nicht gut hier. Da liegt ja alles. Mach, heil dich, Digga. Ich laufe mal ein bisschen rüber hier. Ja, mal ein bisschen. Oh, goldene Sniper, Alter. Mal Ali, Waldfee. Einfach alle Kisten weg, Geil. Ja, schreibt Rico. Naja, wenn er nicht da ist. Du hast ja gesehen, dass die Zonen dann kamen. Dann muss doch. Also, verstehe ich jetzt nicht. Ich lass die Biggies hier. Okay, ich hab alles. Weil ich hab sonst keine Heilung bei, ne? Oh, ich muss mir auch mal ein bisschen Heilung geben. Warte mal, ich muss mal kurz hier wechseln. Nochmal kurz. Ich hab nämlich zwei Jump. Nimm mich mal noch mal ein bisschen hoch, kurz. Hits. Äh, nicht drei Jump. Nicht tanzen, Digga. Wieso? Er ist doch voll laut. Kann man doch machen, oder? So, Konzentration jetzt hier. Was ist da los? Das hat gehitzt, hat's Hits bekommen. Sahne gehitzt. Spider-Man. Spider-Man ist Hitter, Alter. Ja, aber hier unten, inzwischen der Deckung, ist noch einer. Einer rennt weg. Wir müssen... Oben auf dem Dach hat gut Hits. Ja, das abhauen. Er hat da mal auf zu schießen. Hier direkt vor mir. Oh, Mist, 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 Mist. Kannst du mir helfen? Hat richtige Hits. Ja, ja, ja. Ich schieße schon auf den einen. Der baut sich ein. Er baut sich direkt wieder bis nach oben. Er ist One-Shot, er ist One-Shot. Ich weiß nicht, wo der ist. Ich komme! Er will seinen Mate holen hier. Ah, mit Pumpe. Pass auf. Er ist bei dir. Hab ihn. Sehr gut. Mich heilen. Mach das. Oh, Dicker. Der hat eine Krone fallen lassen, Dicker. Ja, jetzt holt ihr die ruhig. Der hat eine Krone fallen lassen. Die anderen werden in der Zone warten, deswegen brauche ich Full Heal. Brauchst du noch Minis? Und du hast keinen Heal mehr drin. Brauchst du oder hast du? Habe ich, habe ich. Muss ich nur nehmen? Muss ich nur nehmen? Bin gerade aufgeregt. Was ist denn das für eine Pumpe? Die doppelte? Öh. Dicker, die schießt dann nicht. Wer hat denn hier geschossen? Ich habe geschossen. Ach du? Ich wollte die doppelte Schrottwinde mal testen. Die ballert einen ja richtig zurück. Granatwerfer. Wir haben eine gute Posi? Nee, eigentlich nicht. Die Gegner haben sich da drüben eingebaut. Dicker, das können die nicht kaputt machen gehen. Ein Spiderman, der will uns pushen. Von links unten schießt auch was. Ja. Der links ist down. Gut, Dicker, das ist jetzt nur noch ein gegen einen. Ja, schießt drauf. Schießt drauf. Ja. Jawohl. Endlich. Dicker, ich habe meine zweite Krone. Schön. Geil. Er war nie weg. Ist er jetzt mit zwei oder? Jawohl. Schön. Ah, ist das herrlich. Ich weiß gar nicht, wer den letzten Kill gemacht hat. Ob das jetzt deine Granate war? Weil ich habe noch ein Damage... Nee, ich habe noch ein Kill gemacht. Ich weiß es nicht. Ein Kill habe ich gemacht. Aber das war einfach nur, weil ich auch das Great habe wie sonst was. Jawohl, ja. Ich habe alles verstärkt noch. Siehst du das? Alles in Metall, Alter. Das hätten die gar nicht runterschießen können. Der links, der wollte pushen, aber der hat dann von mir oben so bekommen mit der MK7. Weil einfach, seit die hier in Rotpunkt, wie sie eingeführt haben für eine Waffe, haben die uns alten Männern einen richtigen Gefallen getan. Weil dann machen wir genau das. Wir bauen uns hoch. Wenn die anfangen, eine Turbo-Bauerei, wie die gerade eben, close mit der Schrotflinte, da komme ich ja nicht zurecht mit. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.